Anfang Juni zeichnete der Verbraucherzentrale Bundesverband die neuen Verbraucherschulen aus. Geehrt wurden Schulen, die ihre SchülerInnen parzipativ und lebensnah auf ihren Verbraucheralltag vorbereiten. Der kluge Umgang mit dem Taschengeld, Erkennen von Fake News und Fallstricke beim Online-Shopping. In den 103 neuen Verbraucherschulen setzen sich SchülerInnen kreativ damit auseinander, was es bedeutet, VerbraucherInnen zu sein. Schirmherrin des Wettbewerbs ist Bundesverbraucherschutzministerin Steffi Lembke. Unter den gewürdigten Schulen befinden sich auch vier aus Sachsen-Anhalt. In der Kategorie Bronze sind das das Burggymnasium Bettin und die Gemeinschaftsschule Gottfried-Willem Leibniz-Wollmirstedt. In der Kategorie Silber sind das das Geschwisterscheu-Gymnasium Gardelegen und das Gymnasium Landsberg. Die fünfte Klasse vom Burggymnasium Bettin zum Beispiel konnte mit regionalen Landwirten sprechen und viel Wissenswertes erfahren. Wie fair ist Fairtrade, woher kommt die Schokolade, fragten sich die Jugendlichen in Klasse 8. Die Gottfried-Willem-Leibniz-Gemeinschaftsschule Wollmirstedt setzte auf eigene Produkte. So stellten die SchülerInnen Schokoäpfel her und verkauften diese. Aber auch Umweltbildung im Schulgarten war ein Thema. Das Gymnasium Geschwister-Scholl, der Hansestadt Gardelegen, überzeugte unter anderem mit einem Naturlehrpfad und einer Wildblumenwiese. Das Gymnasium Landsberg reichte eine Vielzahl an Projekten ein. Das Lebenselixier Wasser, ein Basiskurs, gesundes Kochen oder auch Kinderrechte in der Praxis. Das in Kooperation mit dem Kinderheim Rheinsdorf. Bildungsministerin Eva Fäusner zeigt sich erfreut über die Preisträgerschulen aus Sachsen-Anhalt. Der Titel Verbraucherschule sei auch Wertschätzung gelungener Anstrengungen. Im Rahmen der Gratulationen dankte die Ministerin für diese besondere Form zusätzlichen Engagements, das als Vorbild für Nachahmung und Mittun zu empfehlen sei.